Gerade sitzen muss ich, was man in der Schule damals schon immer gesagt hat. Hi, ich bin der Lucke Kartneck, bin die Nummer 11 von der WSG Wackens. Spitzname? Lucke. Lieblingsessen? Sushi. Was koche ich am liebsten? Spaghetti. Benne... Arabiata. Lieblingswitz? Boah, ich bin sehr schlecht im Witz erzählen. Aber eine habe ich auf Lager. Geht der Frau rückwärts am Berg rauf, da kommt ein Mann entgegen. Dann fragt der Mann, warum sie rückwärts rauf geht. Geht der Frau rückwärts am Berg rauf, kommt ihr Mann entgegen und fragt warum sie rückwärts rauf geht. Antwortet sie, weil sie oben... Geht der Frau rückwärts am Berg rauf, kommt ihr Mann entgegen und fragt warum sie rückwärts rauf geht. weil sie angeblich gehört hat, oben kann man nicht wenden. Geht sie wieder rückwärts retour, der Mann kommt ihr wieder entgegen. Warum sie rückwärts retour kommt? Ja, oben kann man doch wenden. Thema Fußball, diese vergebene Chance werde ich nie vergessen. Vor 10.000 Zuschauern mit Austria Salzburg gegen Liefering, von 2 Metern übers Tor geschossen. Erster Kuss. Mit 15, 14, 13, war eigentlich sehr schön. Mein Wunsch für die Zukunft. Ja, ich wünsche mir Glück und Gesundheit für meine Familie.